Jungs, jetzt rede ich mal. Ja, perfekt, das sieht doch gut aus. Einen will ich noch sehen. Ihr müsst es immer wieder versuchen, versuchen und irgendwann mal sieht es ganz locker und lässig aus. Ich werde jetzt rumgehen, ich hoffe, dass ihr alles gebt. Und jetzt ein bisschen an. Genau. Guck mal, wie viel? Bist du sicher? Ja, das sieht doch sehr gut aus. Guck mal, Jungs. Hier ein bisschen her. Siehst du die einfach? Merktest du das? Ja. Und den Helikopter. Okay, jetzt bleibt hier so, bleibt mal so. Ja, genau. Kopf hoch. Kopf hoch. Alle, die stehen bleiben. Okay. Aber bei dir ist es sehr gut. Das sieht auch sehr gut aus. Seht ihr? Ein bisschen höher, ein bisschen höher mit dem Oberkörper. Perfekt. Perfekt. Ein bisschen tiefer mit dem Oberkörper. Genau. Merkt euch die Grundposition. Das ist der Richtigste. Das ist der Richtigste. Ja, und du bist dran. Scheiße. Ist auch kein Ball. Perfekt. Aber bei dir sieht es auch schon sehr gut aus. Und bei dir sieht es auch sehr gut aus. Das müssen wir auch gleich machen. Das ist der Richtigste. Das ist der Richtigste. Das ist der Richtigste. Der Richtigste. Der Richtigste. Der Richtigste. Wie geht das denn? Wie macht er denn die ganze Zeit? Kannst du einmal rufen? Wie geht das denn? Wie macht er denn die ganze Zeit?